Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verstärkt sich im Sommer mit einem neuen Talent Der erst 18 Jahre alte Ulysses L. Lanes von Los Angeles Galaxy gab den Wechsel über Twitter selbstständig bekannt Ich bin überaus glücklich bekannt geben zu können, dass ich meinen ersten Vertrag mit dem VfL Wolfsburg unterzeichnet habe, schreibt L. Lanes über den Kurznachrichtendienst Ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Freunden und den Trainern bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützt haben Nun freue er sich auf die U2-0-WM in Polen, die Ende Mai stattfinden wird L. Lanes wird dann mit der US-Auswahl in der Gruppe D auf Katar, Nigeria und die Ukraine treffen Ulysses L. Lanes kommt aus der Jugend von MLS-Club L. A. Galaxy, spielt dort bislang in der Zweitvertretung In zehn Partien in der vergangenen Saison der USL Championship gelangen dem Außenstürmer immerhin zwei Tore